sich was hier erneuert ist meine Trappen und schlagen bist du nicht rechts aber ok ich bin nicht rechts wie soll ich recht sein weil da kann so viele sind nur weil ich in Minecraft jetzt bei Goebbets gerufen der Paul ist noch nicht draußen natürlich ich hab ja nichts mehr auf meinem PC nein deswegen müssen wir ja aufnehmen scheiße Pioniere ich kann eigentlich auch mal LoL aufnehmen oder es ist doch einfach mal ein Paul ja LoL hab ich eigentlich wenn der LoL Replay dings wo es wieder geht ne schöne Idee was ich damit mache irgendwie hab ich keinen Bock mehr das live aufzunehmen sondern so ne Art Commentary also dass ich dann im Nachhinein LoL Replays angucke und kommentiere möchte ich eigentlich machen ansonsten halt die beiden Let's Plays die wir grad laufen und dann halt LoL Gameplays oder Commentary ja LoL nachcommentiert einfach ja und da muss ich mal wieder ein Let's Retro machen eigentlich würde ich schon die Ewigkeiten in City machen das hat da schon ein Let's Retro gemacht ja Bionicle nein naja das war eine Let's Retro Bionicle Heroes genau geiles Spiel ja oah alter Schäde ich war zuerst da genau ich war zuerst da oah ey f*** ich du bist ja alle Schäde der Typ hat hier grad wirklich gesagt ich war zuerst da guck dir mal die Aufnahme an ja du bist ja alle Schäde ey das war ich nur noch es war Robert einfach geil hey hause dann dann schieße das die beste die besten Sprüche die es gibt ein Parkgrillfest was mach ich dann 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 zahlst du ein Schäde dann nimmst du Sprüche von anderen Let's Plays die bestimmt keiner kennt die keiner kennt ja ich weiß naja also Mühe die Blitzfeld die jetzt hier bitte nicht genannt werden die spammen einfach zu viele Videos ja und sie sind nicht geil doch wenn sie das behaupten nein außer einer von denen und nicht der mit dem Hafen oder halt der behauptet der mit dem Hafen wer dann na hier der äh der ähnlich klingt wie die Stadt Bremen ah der ja äh der 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 ist ganz geil bei denen ich ich hab den mal der den Minecraft den 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 also ich weiß ja nur einmal den Part den Timmy geschickt hat das war die Zeit wo ich dann 3 4 Minecraft Parts von ihnen angeguckt hab oder eine Typ in so ne fette Monsterfalle hüpft wo tausende Monster drin waren wo ich mich einfach tot gedacht hab und zu gucken ja klar dass das was lustiger Nenbstpläern die wir nicht nennen weil die schon genug Hauptabonnenten haben Oh Alter, wie die etwa ne ganzen Ertrappenschrott machen, ey Bam, execute Ja, ne, da sind kleiner Leute-Typen Ich muss nicht die ganze Zeit meinen Ertrappenschrott machen Ja Das ist das einzige Gute, was ich hab Oh, ich wünsche dir ist'n gefallen So, ich darf das schwimmen Spin 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 to win Und noch ein schicker Schädelchen Doch, nicht Wir müssen mal nur nachvergleichen mit dieser Schädelchen Benni, kannst du den Ertrapp bitte mal ein Stück nach hinten Ich bin brilliant und wunderschön Benni Äh, kannst du bitte die Ertrappen ein bisschen nach hinten setzen Noch mehr? Ich hab die hier schon hinten gesetzt Naja, hier stehen sie doch alle vorne Die sollen so ein Stück, so dass die Flieger hier drunter sein werden Ja, warte Ich hab' die hier noch die Stücke Oh, die sind doch noch zwei Oh, die sind doch noch zwei, okay Oh, da stehen noch zwei, okay So St ich habe mal das ganze Schilder von den Typen und die Typ sieht der Heimann der Sturz wird das ab der Türchen auf dem Scheiß dieser Mann hat das für mich reserviert das ist hier ich wurde auch nicht in den Jahres Da ist es weg. Das ist meine Schau! Und sie wird euch umhauen! Jetzt hab ich irgendwas gemacht, nur einfach um den Mana-Trank aufnehmen zu können. Was hast du gemacht? Ich hab zweimal mein Rechtsweg gemacht mit der Kanone. Was? Du kannst nur zweimal klicken? Nö, ich kann ihn auch mehrere mal machen, aber so hab ich Mana auf jeden Fall los und dann kann ich irgendwie... Flieger! In der Luft! Apropos, ich hab's sogar recht, da kommt's wirklich Flieger in der Luft. Ja, wow. Und ich sag das nicht mehr. Na doch, in der nächsten... äh... im nächsten Level ist das glaube ich. Das mit den zwei Wegen, Bot und Drop und dann noch den Flugweg. Oh ja, diese scheiß Level. Da sagt er jedes Mal Flieger in der Luft. Weil diese scheiß Level, was wir fast gar nicht ohne Cheats geschafft haben, stimmt's? Natürlich, das ist easy, aber auch ohne Cheats. 1, 2, 5, Mist, wir haben wieder verzählt. Ah, da ist der Verwandlungsgenüge so, okay, gegen die Gegner schon over. Ah... 1, 2, 5, ist schon wieder verzählt. Ja... Pioniere sind auf dem Weg! Pioniere sind auf dem Weg! T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T! Die haben auch keinen Gehörn, Robert, aber es ist nur klein. Die haben gar keinen Gehörn. Die haben sie auch vom Computer berechnet. Mein Gott. Ich dachte, die schauen sich ganz alleine. Wir sind trotzdem schlauer als gut. So, jetzt bin ich weg. Boah, jetzt sind wir erst bei Welle 8 von 9. Okay, mach das. Dann ist der Vater amusant. Ich brauch Mana. Ja, ich hab ein Mana, so ein Item nicht. Ja, Waste Zone. So, gleich Waste ist. Oh, ich schieße den ersten rein. Hier fehlt einer. Da stehen alle drei noch. Es erfüllt. Ich freu mich, um sie alle wegzuwerfen. Ach, mach das auf. Alter, wir müssen mal diese Map spielen. Du hast gestern irgendwie immer den 20er Dienstpunkt des Trefferserie. Ah, die Map, oh ja. Kombo. Ich bin der ungekrönte König der Kopf. Ich bin einfach nur mal kurz mit dem Hammer in den 20er Dienstpunkt des Trefferserie. Hui. Das dürfte ein neuer Gekorps sein. Die brauchen wir uns. Ich meine, sie ist übergängig. Ja, ich habe Langeweile. Sie sind in der Westhalle. Merkt man. Benni. Anni, Moment, die Westhalle ist da. Flieger, in der Luft. Mana-Trank am Boden. Ich muss immer nicht sagen, weil da bräuchte ich irgendwie Schessel. Ich gehe mal mit der Schule, ist so. Nur hast du dann scheinbar zu oft Langeweile. Warte da oben. Ich muss noch, ich habe irgendwie gerade Bock, Geld was zu zocken. Wirklich? Ja. Zeig, zeig, zeig. Ich habe wieder was unmögliches Skills, was zu zocken. Das ist mit meinem geht das. Selbst mit Aufnahme noch unvernünftiger Quali. Ich würde das gerne mal in Ultra-Qualität spielen, ey. Da muss das ja so geil aussehen. Es sieht ja schon in der Quali, in der ich zocke, geil aus. Das ist meine Freunde noch. Nein. Du hast keine Freunde, immer noch nicht. Wo ist er hin? Er steht hier. Ach, da drüben. Warte, lass ihn leben, Benni. Nein, stopp, 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 schnell, stopp. Peng, last hit. Oh, Benni, Schäde. Benni, noch ein Schäde. Benni, zehn Schäde. Dann so, dann so später wird der Hack-Client. Oh, das wird lastig. Keine Ahnung, wie ich die gekriegt habe. Ding heißt Cheat Engine, nicht Hack-Client. Es ist aber mehr Hack-Ed-Cheat. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Und, 20er Treff sei es. Nee. Nicht drauf gar. Manchmal würde ich gerne so ein richtig, also, ja, manchmal würde ich eigentlich gerne in der Vergangenheit zurückreißen an irgendwelchen Leuten von damals, zwischen Leuten in unserem Alter, so das Spiel hier zeigen. Die, die würden so rumweinen. Warum? Wenn er, stell mal vor, du siehst, guckst an einem Typen zu, der sich die ganze Zeit dran freut, helfen rumzulaufen und einen Orks zu töten. Willkommen in der GTA zum Beispiel. Wunderschön, sie ist gefallen. Einwohner! Negativ da. Also wenn du solch in einem Kilometer GTA gekriegt hast, alter. Psychopath, Affin, die Pläne. Dieser Psychopath. Der spielst doch schlecht. Äh. Ja, aber man kann rumwählen, einfach machen, was man will und jeden töten. Vergewaltigen und sonst was. Vergewaltigen kannst du nicht, GTA. Oh. Leiter. Oh. Ähm. Otto, ausverkratzt. Ich war gerade in Gedanken. Ja, ich weiß. Bei dem Mann würde ich ja jetzt sagen, du hast jetzt ein Hoch, aber du bist kein Mann. Hey, ich bin ein Mann. Hehehe. Nein, bist du nicht. So. Na gut, stimmt. Warum sollte Marco sonst auf dich stehen? Und du musst ein Mann sein. Äh. So, sag ich, hier ist ja jetzt angekündigt sein, oder? Ja, überlegt dir, was dir besser gefällt. Wenn jetzt kommen hier drei Elementare, kannst du kaputt machen. Also ich finde, Mann, ah, oh, ich mag so scheiße. Ja, sind einfach Serie. Oh, Markus, das ist so, ich hau ihn bitte am Montag. Ähm. Montag, morgen. Ja, denkst du, du denkst, du denkst, du kannst dich dein Videos an? Nö. Ja. Außerdem, weil dann wäre das Video auch nicht heute ohne. Ja, also. So gut. Weil wieder gewonnen, weil du schweißt. Ja, mal, das ist doch einfach vor. Ja, und das deshalb, und weil du jetzt wie connecten musst, weil dein PC scheiße ist. Ja. Beinnt mir jetzt das, den Port. Oh, vier, vier von fünf. Geil, ist irgendwer durchgekommen? Nee. Und acht Zusatzschäden, wie geil ist das denn schon wieder? Ja, klar, weil du wieder die ganze Schäden klaust. Wie viel hast du? Drei. Bonus-Schäden habe ich. Acht. Läu, ich auch. Peter. Ich dachte, ich könnte die Schäden klauen. Ja, gut. Egal. Das war's dann jetzt auch schon zum zweiten Mal wieder mit Orx. Ah, nee, das war ich jetzt. Das war's dann jetzt auch wieder mit Orxer-Style. Benni sagt kurz Tschüss, ich muss Nachrichten-Tschüss sagen. Ja, genau. Hat er jetzt schön gesagt. Äh, bis zum nächsten Mal. Äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.